Unser krasser, muskulöser Patient, ich bin echt schockiert, nicht stabil, aus? Aus Deutschland. Deutschland, man grüßt ja nach Deutschland. Unser Patient, wie groß bist du? Wir haben gerade 1,68. 1,68, deine Zielgröße? 1,80. 1,80 mit diesen Muskeln, wahrscheinlich wird das eine andere Liga sein, oder? 1,80. 1,80. Womit du wieder Abozo machen? Ähm ich wichtig Abozo machen, weil ich unter anderem sehr große Aufträge habe, in der Vorgons-Pollezene, auch auf sehr großen Marken, und da ist halt das Kriterium, dass du halt willst, wenn du bist ein größer Mund durch alle meisten, natürlich die Aufträge auch und Jugend. Ist das besser, wenn man mehr Muskel gehört hat, oder ist das Untergrund? Schau mal, es ist gut, dass du mehr Muskeln hast, aber flexible Muskeln. Ich kann auch Spagat machen. Kannst du dir Tipps sagen? Wenn du Spagat machen kannst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen, ob du 10 oder 11 cm hast. 11 cm geschafft, mit einer Operation in 2,5 Monaten. Also erst mal so der Kontakt kam natürlich über Google und dann Instagram und Youtube. Und ich habe natürlich alles angeguckt, dann habe ich den Kontakt mit dir, habe geschrieben, die Kommunikation war super. Hat mir gefallen, das Montier war gut und dann habe ich den Doc. 2. 2. 4. 5. 5. 6. 8. 8.